Brüche kann man nun auch wieder in Dezimalzahlen schreiben, das heißt in Kommazahlen. Also du kannst einen Bruch entweder als 1,5 schreiben oder als seine Dezimalzahl 0,5. Und wie das geht, das möchte ich dir jetzt erzählen. Fangen wir doch gleich mit 1,5 an. Diese Kommazahl ist eine Dezimalzahl. Das heißt, sie ist eine Zahl, die als Bruch einer Zehnerpotenz darstellbar ist. Das hört sich jetzt kompliziert an, heißt aber nichts anderes, als dass ich diese Zahl als etwas schreiben kann, das im Bruch eine Zehn unten stehen hat im Nenner. Und das ist in unserem Fall 5 und das zeige ich jetzt, wie das geht. 1,5 habe ich und jetzt erweitere ich diesen Bruch so, dass ich im Nenner eine Zehn stehen habe. Wie man Brüche erweitert, habe ich in einem Extra-Video gemacht. Falls du das gesehen haben solltest, müsstest du jetzt wissen oder zumindest schon mal gehört haben, wie es funktioniert. Ich habe hier die 2, die möchte ich auf die 10 erweitern, das heißt, ich müsste mal 5 machen. Und das gleiche muss ich dann auch mit dem Zähler machen, um dies anzupassen. Mache ich also mal 5, dann habe ich einmal 5, das sind 5. Dann habe ich 5 Zehntel. Und das kann ich jetzt ganz einfach als Dezimalzahl schreiben, indem ich 5 hinschreibe und schaue, okay, Zehntel heißt, ich muss das Komma von der rechten Stelle um 1 nach links verschieben, habe also ein Komma 5 und dann heißt es einfach, dass man ein 0,5 hat. Nicht verzagen, wir machen noch weitere Beispiele. Nehmen wir uns zum Beispiel 3 Fünftel. Wenn ich das jetzt als Dezimalzahl schreiben möchte, schaue ich, kann ich das so erweitern, dass es auf 10 kommt. Ja, das kann ich, indem ich das hier mal 2 mache. Das heißt, ich muss auch den Zähler mal 2 nehmen. Das sind dann 6 Zehntel. Und das ist dann 0,6, weil ich hätte normalerweise die 6, aber das Zehntel sagt mir, ich muss dieses Komma, das hier gedacht ist, neben der 6, um 1 nach links verschieben. Machen wir ruhig noch ein Beispiel. Gut, wenn man sowas hat wie 3 Zehntel, ist es ja schon klar, es ist auf Zehntel. Das heißt, ich bin dann bei 0,3. Etwas komplizierter ist es bei zum Beispiel 1 Viertel, weil 1 Viertel kann ich nicht auf 10 erweitern, weil die 10 durch die 4 nicht teilbar ist, aber ich kann es bis 100 erweitern. Die 4 geht nämlich genau 25 mal in die 100, dann muss ich auch die 1 hier oben mal 25 nehmen und bin dann bei 25 Einhundertstel. Und jetzt ist es so, dass ich das Komma der 25, weil hier zwei Nullen sind, wenn hier das Komma wäre, muss ich das um zwei Stellen nach links verschieben, also hier hin und habe dann ein 0,25. Das gleiche geht dann auch zum Beispiel mit, Entschuldigung, mit 3 Achteln. Schauen wir, geht 3 Achtel in die 10 rein? Nein, geht die 3 Achtel in die 100 rein? Also die 8 geht in die 100? Nein, geht sie auch nicht, aber sie geht in die 1000 und zwar genau 125 mal. Und dann mache ich auch den Zähler mal 125 und bin dann bei 375. Und hier ist es jetzt so, ich kann die 375 hinschreiben und schauen, okay, ich habe drei Nullen diesmal, das heißt, dass mein Komma, das hier wäre, müsste 3, 1, 2, 3 stellen nach links, ist dann also hier und ich komme auf das Ergebnis von 0,375. So kann man Brüche in Dezimalzahlen umwandeln. Etwas kompliziertere Brüche gibt es auch noch, aber das sind jetzt erstmal diejenigen, die man in eine Dezimaldarstellung bringen kann als Zehnerpotenz des Nenners. Das ist jetzt schon ganz wichtig. Vielen Dank.